Liebe Kunstfreunde, mein Name ist Christian Karsten Jahns. Ich bin geboren in Uelzen in der Lüneburger Heide und lebe und arbeite seit 1994 in der wunderschönen holsteinischen Schweiz, Lübecker Bucht. Und wunderbarerweise seit dem 22. April und bis zum 27. Juni 2022 darf ich mal wieder eine Ausstellung machen nach zweijähriger Corona-Abstinenz. Ja, meine Botschaft ist, make the world a better place, make the world a colored space. Macht die Welt zu einem wunderbaren Platz, macht die Welt zu einem bunten Schatz. Die Titel, die ich so vergebe, da versuche ich immer die Stimmung irgendwie einzufangen und möchte mit den Titeln die Menschen nicht oder den Betrachter nicht festlegen. Ja, dieses Bild heißt dem Lustprinzip folgend. Das hier heißt Jelly Bubbles in the Sky with Diamonds. Das hier ist der Titel Bye Bye Miss American Pie. Die Freiheit geht baden. Hatte ich zu Trams Amtszeit herausgebracht. Dieses Bild heißt Jesus liebt dich. Das ist das Flaggenalphabet. Da steht in Buchstaben, Flaggenbuchstaben Jesus liebt dich. Das hier ist das einzig Beständige ist das Unbeständige. Mit einem schönen Sikorsky Hubschrauber Baujahr 1964. Wer seinen eigenen Weg geht, kann nicht überholt werden. Hier we go, rockin' an all over the world. Kugelwolken über der Lübecker Skyline von circa 1930. Hier kommen drei schräge Fürsten. Ein schönes Triptychon nach Fotografien meines Kumpels Walter Hamann. Der macht in Lübeck das Ten Hours Project. Das hier ist Overactive Imagination. Feel like Alice when she's ten feet tall. Stoned again on Little Planet. Soul-Kiting. Ja, wir sind hier in den Räumlichkeiten der Sparkassenstiftung Holstein. Direkt am Bunksberg unterhalb des großen Turmes. Des großen und des kleinen Turmes. Es gibt den großen Tele-Turm und den Elisabeth-Turm. Das ist ein Stör mit Kaviar-Ballonen. Das Bild heißt, die Menge verlangt nach mehr. In diesem Bild habe ich als Luftrudererin meine Frau abgebildet. Und das Bild heißt, der schönste Moment meines Lebens ist jetzt. Es ist eine Situation am Weststrand von Norderney. Da rechts kann man Juist erkennen. Und da ganz hinten, unterhalb des Luftruderers, ist das Festland. Norddeutsch-Mohle. Das Bild mit der Sardine heißt, I love you and later I eat you. Das Bild zeigt eine Situation in Kassierdorf. In der Kirschenallee. Und wenn man jetzt weiter links geguckt hätte, würde man die Spitzen des Bunksbergs vom Teleturm erkennen. Das Bild heißt, die Öffnungszeiten zum Tor des Paradieses werden geheim gehalten. Das ist eine Sequenz in der Lübecker Bucht auf unserem alten Segelboot. Das war eine Sunshine 38. Und das Bild heißt, She can hear the ocean breathing. Ein Titel von den Talking Heads. Das Bild heißt, die Unwiederbringlichkeit des Augenblicks. Auch beim Segeln aufgenommen in der Lübecker Bucht mit Blick auf Niendorf und Timmendorfer Strand. Jetzt kommen wieder die schrägen Fürsten. Das ist der Krakenkopf. Das ist der Fischkopf. Die Kutter sind aus HF Hamburg Finkenwerder. Das Bild heißt, It's Cosmic Baby. Wir sehen Sterne. Wähl nicht. Das ist eine Sequenz über der Ostsee. Obwohl es fast aussieht wie Nordsee. Es heißt Age of Aquarius Zeitalter des Wassermanns. Wurde damals im 70er Jahre Musical Hair beschrieben. Hier ein Zackenbarsch im Dock 1117 bei Blum und Foss in Hamburg. Das Bild heißt, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Das ist natürlich ein Titel von Jan Dilley und Udo Lindenberg. Passend zu Hamburg. Ja, das hier ist wieder an der Lübecker Bucht auf Höhe, also Grenze Hafkuck-Scharbeutz. Mit Blick Richtung Travemünde und Klützerwinkel. Das ist die Trans-Europa-Bruderschaft unterwegs in geheimer Mission. Sie tragen einen Pilchart. Und hier ist die Trans-Europa-Bruderschaft unterwegs zu einem konspirativen Rotbarstreffen. Auch in geheimer Mission. Sehr, sehr. Ein wunderbarer Raum. Eine schöne Präsentation. Schön groß, schön hell. Bye, bye.